Spannende Ich bin der Skyline. Ich bin der Skyline. Ich bin der Skyline. Ich bin der Skyline. Ja, woll. Und wenn die beiden hier die Strecke tausend abmacht, den bitte kräftigen Applaus! Wird der Druck zu groß? Für Simon Franz, James Dean lässt sich da nichts. Für unruhig und fährt seine Run souverän zu Ende. Und wenn die Kurve punktemäßig ist, abseits katapultiert. Und dann will er natürlich ordentlich ruf machen, um hier dem Südafrikaner auch noch das Läschen. Der Rerun oder OMC ist von Pakosic gegen Elio Tonti. Wir sind mit dem zweiten auf und jetzt werfen wir von Pakosic. Wir haben aus Elio Tonti jetzt vier für U30. Parkosic. Weiter geht es. Wir sind jetzt elektrisch. Wir sind in der Luft. Wir sind in der Luft. Wir wollen Kassionsläufig. Hier zeigt, dass zu Wasser hier fähig ist. Massive Dirt Draws von Fox muss hier ausgleichen. Gleich.